Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Vor circa drei Wochen habe ich mein Unboxing des Xiaomi Mi 9T Pro hochgeladen und das Gerät ist wirklich extrem gut bei euch angekommen. Viele haben sich ein Review zu diesem Smartphone gewünscht, viele haben sich aber auch einen Vergleich mit anderen aktuellen Xiaomi Smartphones gewünscht und all das bekommt ihr heute in diesem Video, allerdings ein bisschen anders als gewohnt. Ich habe mich dagegen entschieden, ein herkömmliches, ausführliches Review zum Mi 9T Pro zu erstellen. Ich war eigentlich schon dran, das Skript zu tippen, dann ist mir allerdings aufgefallen, dass ich zu 90% exakt, also wirklich 1 zu 1 das gleiche erzählen werde wie im Mi 9T Review. Dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich heute endlich mal wieder einen Erfahrungsbericht mache, in dem ich euch natürlich einerseits erzähle, was das Mi 9T Pro besser macht als das Mi 9T. Ich werde das Mi 9T Pro aber auch mit dem Mi 9 vergleichen, denn danach haben auch sehr, sehr viele von euch gefragt, also welches von beiden denn die beste Wahl ist. Ich hätte natürlich sehr, sehr gerne einen ausführlichen Vergleich zwischen Mi 9T Pro, Mi 9T, Mi 9 und vielleicht noch Mi 9 SE gemacht. Leider das einzige Xiaomi Smartphone, was ich momentan noch hier habe, ist das hier, also das Mi 9T Pro. Deshalb fällt das flach, aber ich glaube, dass die Unterschiede auch so ziemlich gut rüberkommen sollten. Also am Ende werde ich dann natürlich auch noch die Frage beantworten, welches von den ganzen aktuellen Xiaomi Smartphones für wen die beste Wahl ist und ob dieses Smartphone hier, also das Mi 9T Pro, wirklich der neue Flaggschiffkiller ist, denn als solchen haben es ja in letzter Zeit schon einige bezeichnet. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Bevor wir jetzt gleich zu den wenigen Unterschieden, die das Mi 9T Pro im Vergleich zum normalen Mi 9T bietet, kommen, möchte ich jetzt doch nochmal kurz die Gemeinsamkeiten schnell zusammenfassen, denn das sind wirklich einige. Und wie gesagt, wenn ihr euch für einen dieser Punkte, die ich jetzt gleich aufzählen werde, detaillierter interessiert, schaut euch bitte mein Mi 9T Review an, denn da gehe ich darauf ausführlich ein. Das Design ist schon mal komplett identisch. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, der Rahmen aus Aluminium. Das Gerät ist wirklich hervorragend verarbeitet und fühlt sich, wie ich finde, extrem hochwertig an. Noch schöner als die Rückseite ist aber natürlich nach wie vor die Vorderseite mit diesen extrem dünnen Displayrändern. Es ist das gleiche 6,4 Zoll große AMOLED-Display mit Full HD Plus Auflösung wie beim Mi 9T, Farbwiedergabe, Helligkeit, das ist alles auf einem ziemlich hohen Niveau und es bleibt eben bei dieser schönen, cleanen Front ohne Notch, ohne Punchhole. Das ist und bleibt persönlich mein Highlight an diesem Smartphone, sage ich euch, wie es ist. Der In-Display-Fingerabdrucksensor ist in meinen Augen auch exakt der gleiche. Er arbeitet sehr zuverlässig und die Software, also Xiaomi's MIUI, ist natürlich auch komplett identisch. Da das Mi 9T Pro ja auch die Global Version vom, ich glaube, Redmi Card 20 Pro ist, habt ihr hier natürlich auch alle Bänder, alle LTE-Bänder, Frequenzen und so weiter, die ihr hier in Europa oder in Deutschland benötigt. Und ihr könnt natürlich auch Netflix, Amazon und so weiter in HD anschauen. Alle Google Apps, alle Google Services und so weiter sind vorinstalliert, nur weil das auch einige gefragt haben. Die haben vermutlich vorher einen Test vom K20 Pro gesehen. Wie gesagt, das ist die China-Version. Das hier, also das Mi 9T Pro, ist aber ganz normal die Global Version und die hat das natürlich alles. Es hat außerdem den gleichen Monolautsprecher wie das Mi 9T. Es ist ebenfalls nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt und unterstützt ebenfalls kein Wireless Charging. Das waren kurz und knapp jetzt auch die Gemeinsamkeiten. Hier gibt es dann, also bei allem, was ich jetzt eben erzählt habe, absolut keine Unterschiede zum normalen Mi 9T. Die Unterschiede sollten dann eigentlich beim Speicher beginnen. Ich weiß noch, ich habe euch im Unboxing erzählt, dass es das Mi 9T Pro hier in Deutschland nur in der Version mit 128 GB internem Speicher gibt. Der kann natürlich genauso wie beim normalen Mi 9T nicht erweitert werden. Beim normalen Mi 9T gibt es aber auch noch eine Version mit 64 GB internem Speicher. Nun ist es allerdings so, dass es auch das Mi 9T Pro in Deutschland bei diversen Shops schon mit 64 GB internem Speicher gibt. Dadurch natürlich dann auch etwas günstiger. Also momentan ist Xiaomi wirklich unberechenbar. Ich habe so das Gefühl, die schauen kurz, würde das bei den Leuten gut ankommen? Ja, wir glauben schon und dann bringen sie das Produkt sofort auf den Markt. Ich mag sowas ja, aber dadurch fällt es natürlich echt schwer, noch so den Überblick zu behalten. Das ist aber natürlich jetzt momentan Mitte September Stand der Dinge, wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Jetzt kommen wir aber wirklich zum ersten großen Unterschied und das ist natürlich der Prozessor. Denn hier im Inneren des Mi 9T Pro werkelt der Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Quar mit maximal 2,84 GHz. Qualcomm ist ein aktueller Spitzenprozessor und ich weiß, da freuen sich natürlich einige, denn viele haben sich auch schon beim Mi 9T einen etwas stärkeren Prozessor gewünscht. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, dass man davon im Alltag nicht viel merkt. Das Bedientempo ist beim Pro noch mal einen Tick höher. Apps starten und schließen etwas schneller und bei manchen aufwändigen Spielen merkt man einen leichten Unterschied. Aber ich meine, beide haben ja auch 6 GB RAM hier in Europa. Allzu groß ist der Unterschied momentan nicht. Stand jetzt braucht ihr den stärkeren Prozessor, allenfalls dann, wenn ihr mit dem Ding vielleicht Fortnite in toller, schöner Grafik oder so zocken wollt oder zum Beispiel viele Videos exportieren wollt, wieso auch immer man das auf dem Smartphone machen sollte. In ein bis zwei Jahren kann dieser stärkere Prozessor, wird dieser stärkere Prozessor meiner Meinung nach aber auf jeden Fall relevant werden. Deshalb ist das Mi 9T Pro schon das zukunftssicherere Modell. Aber erwartet euch davon jetzt momentan keine Wunderdinge. Also auch die Performance vom normalen Mi 9T ist einfach super gut. Im Alltag merkt man davon momentan auf jeden Fall noch nicht viel. Erfreulicherweise merkt man auch bei der Akkulaufzeit keine Unterschiede. Also ich hatte ja wirklich die Befürchtung, dass die Akkulaufzeit durch diesen stärkeren Prozessor vielleicht etwas schwächer ausfällt. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben auch hier 4000 mAh und ich schaffe auch hier so 7 bis maximal 8 Stunden Display-On-Time, was wirklich gut ist. Ich komme damit locker durch den Tag. Viele sollten damit auch 1,5 bis 2 Tage schaffen. Und das ist und bleibt meiner Meinung nach der größte Vorteil im Vergleich zum Xiaomi Mi 9. Denn da ist die Akkulaufzeit auf jeden Fall nicht so gut wie beim Mi 9T oder wie beim Mi 9T Pro. Dafür habt ihr beim Mi 9 aber natürlich nach wie vor Wireless Charging. Habe ich ja schon erwähnt. Habt ihr hier auch beim Pro-Modell nicht. Das Pro-Modell hat jetzt allerdings 27 Watt Fast Charging. Zumindest theoretisch ist man da jetzt auf Mi 9 Niveau, wenn ich das noch alles richtig im Kopf habe. Beim Mi 9T ist er bei 18 Watt Schluss. Allerdings wird auch hier nur ein 18 Watt Netzteil mitgeliefert. Genauso wie auch beim Mi 9. Also wer da mehr möchte, der muss sich ein anderes Netzteil kaufen. Ist nicht allzu teuer. Gibt es glaube ich in Xiaomi's Online-Shop. Aber wie gesagt, muss man sich dann halt eben separat kaufen. Wobei ich glaube, dass auch mit den 18 Watt die meisten glücklich werden sollten. Dann müssen wir jetzt natürlich über die Kamera sprechen. Denn das ist der zweite große Unterschied im Vergleich zum normalen Mi 9T. Hier verbaut Xiaomi nun die gleiche 48 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f1.75 wie beim Mi 9. Erstmal die gute Nachricht. Ich finde, dass die Bildqualität der Hauptkamera sichtbar besser ist als beim Mi 9T. Das fällt schon bei guten Lichtbedingungen auf, allerdings da nicht so stark. Da überzeugte ja auch das Mi 9T schon auf ganze Linie. Der Dynamikumfang ist aber etwas besser und jetzt endlich auf Mi 9 Niveau. Vor allem bei schlechteren Lichtbedingungen merkt man aber Verbesskungen. Hier macht das Pro nun einfach hellere, schärfere, bessere Bilder. Auch hier ist man jetzt endlich auf Xiaomi Mi 9 Niveau. Huawei oder Google sind da immer noch deutlich besser. Aber in Anbetracht des Preises ist das wirklich eine gute Bildqualität. Da war ich sehr zufrieden mit. Und jetzt allerdings die schlechte Nachricht. Die Weitwinkelkamera und die Zoomlinse sind leider die gleichen wie beim Mi 9T. Also nicht die vom Mi 9. Hier ist das Mi 9 immer noch einen Tick besser. Ich persönlich bin zwar der Meinung, dass man das vernachlässigen kann, weil die Hauptkamera eh viel wichtiger ist. Aber erwähnt haben wollte ich es natürlich trotzdem. Auch die Videokwalität ist beim Mi 9T Pro sichtbar besser als beim Mi 9T. Das ist natürlich alles noch nicht perfekt. Samsung oder Apple sind da bei den Videos auf jeden Fall nochmal besser. Aber es ist auf jeden Fall auch eine sichtbare Verbesserung im Vergleich zum Mi 9T. Bei der Pop-Up Frontkamera wiederum gibt es absolut keine Unterschiede. Das ist meiner Meinung nach die gleiche Kamera wie beim Mi 9T. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Das ist alles, was ich euch zum Xiaomi Mi 9T Pro erzählen wollte. Ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Wir haben einen Unterschied beim Prozessor. Wir haben natürlich hier den deutlich stärkeren Prozessor im Vergleich zum Mi 9T. Davon merkt man momentan noch nicht so viel. Das kann allerdings in Zukunft, das wird in Zukunft meiner Meinung nach definitiv relevant werden. Was man auf jeden Fall bemerkt, ist die bessere Hauptkamera. Bei guten Lichtbedingungen jetzt nicht so sehr, aber vor allem bei schlechteren Lichtbedingungen und bei Videos hat das Mi 9T Pro die Nase vorne. Und der Akku kann zumindest theoretisch auch schneller aufgeladen werden. Dafür müsst ihr euch aber natürlich dann ein separates Netzteil kaufen. Wäre mir das jetzt den momentanen Preisunterschied von 70 bis 100 Euro im Vergleich zum Mi 9T wert, sage ich euch ganz ehrlich, nein. Mir persönlich wäre es diesen Preisunterschied nicht wert. Es sei denn, ihr legt wirklich brutal viel Wert auf die Kamera und natürlich auch auf den Prozessor, weil ihr einfach geil auf geile Specs seid, sage ich jetzt mal. Ich gehe aber davon aus, dass die Preise auf jeden Fall noch sinken werden. Wie gesagt, das Mi 9T Pro ist ja noch nicht lang auf dem Markt. Und wenn wir dann mal bei so 50 bis 60 Euro Preisunterschied angelangt sind, also zwischen Mi 9T und Mi 9T Pro, dann kann man glaube ich bedenkenlos zur Pro Version greifen, wenn man eben viel Wert auf die Kamera legt. Weil das ist wirklich so der größte Unterschied. By the way, all diese Preise, die ich jetzt nenne, das sind natürlich die Preise von den deutschen Shops. Ich weiß, wenn man die Dinger aus China holt, vielleicht auch das K20 Pro oder das K20, bekommt man die Geräte nochmal günstiger. Das ist für mich aber nicht relevant, weil da oft natürlich noch Zoll dazu käme, ein für Umsatzsteuer. Ich weiß, das kann man natürlich alles umgehen, solltet ihr aber nicht machen. Und deshalb nehme ich natürlich die Preise der deutschen Shops, wo ihr auch problemlos Garantie habt und so weiter. Dann gibt es aber natürlich nicht nur ein Mi 9T, sondern auch noch ein Mi 9. Das bekommt ihr momentan je nach Speicherversion auch 30 bis 40 Euro günstiger als das Mi 9T Pro, weil das Mi 9 natürlich schon eine ganze Ecke länger auf dem Markt ist. Das hat wie gesagt definitiv auch seine Vorteile. Es hat die bessere Weitwinkelkamera, es hat die etwas bessere Zoomlinse, es hat Wireless Charging, es hat finde ich auch den etwas besseren WLAN Empfang und es hat auch den etwas besseren Lautsprecher. Das Mi 9T Pro im direkten Vergleich hat natürlich nach wie vor die bessere Akkulaufzeit. Es hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss und ich finde halt auch, dass es das deutlich schönere Design hat. Das ist natürlich aber komplett subjektiv. Aber davon würde ich es dann tatsächlich am Ende auch abhängig machen, weil ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass das Mi 9 und das Mi 9T Pro so in ein bis zwei Monaten ähnlich viel kosten dürften. Und dann müsst ihr halt einfach schauen, welches gefällt euch optisch besser und welchen dieser Pluspunkte oder welche dieser Pluspunkte, die ich eben aufgezählt habe, sind euch wichtiger. Je nachdem solltet ihr euch dann für eins der beiden Geräte entscheiden. Ich persönlich würde ehrlich gesagt bei gleichem Preis eher zum Mi 9T Pro greifen, weil es halt einfach die bessere Akkulaufzeit hat, weil es diesen Klinkenanschluss hat und weil es mir optisch besser gefällt. Es gibt aber auch genügend Gründe eher zum Mi 9 zu greifen, weil man zum Beispiel Wireless Charging will oder halt eben die ganzen anderen Punkte. Also das ist absolut in Ordnung, das muss dann wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann euch das Mi 9T Pro auf jeden Fall auf ganze Linie weiterempfehlen. Das Smartphone hat mir extrem gut gefallen. Ich meine, ihr wisst es ja, mir hat ja schon das normale Mi 9T sehr, sehr gut gefallen. Das Mi 9T Pro ist aber jetzt eben in den wenigen Punkten, in denen das Mi 9T vielleicht nicht ganz so gut war, einfach nochmal einen Tick besser. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn dieses Jahr ein Smartphone diesen Titel Flaggschiffkiller verdient hat, ich meine, letztes Jahr habe ich ja gesagt, dass das Pocophone F1 für mich so eine Art Flaggschiffkiller war, dieses Jahr wäre es dann auf jeden Fall das Mi 9T Pro oder auch das normale Mi 9T, aber jetzt auf jeden Fall das Mi 9T Pro mit der besten Kammer. Und dem stärkeren Prozessor. Aber man muss natürlich fairerweise auch nach wie vor sagen, dass aktuelle Huawei Smartphones, Samsung Smartphones, iPhones bei der Kamera schon nochmal deutlich besser sind, dass sie einfach mehr Premium Features haben. Wireless Charging, sie sind wasserdicht. Teilweise kann der Speicher noch erweitert werden. Solche Dinge halt dafür kosten diese Geräte aber gut und gerne halt auch das Doppelte oder das Dreifache. Insofern macht da meiner Meinung nach ein Vergleich wenig Sinn. Insofern macht aber auch dieser Begriff des Flaggschiffkillers keinen Sinn, weil das kein Flaggschiffkiller ist. Es ist aber halt auf jeden Fall ein brutaler Preis-Leistungs-Killer, Preis-Leistungs-Kracher sage ich jetzt mal und ein Smartphone, das ich auf ganzer Linie weiterempfehlen kann. Preis-Leistungstechnisch meiner Meinung nach, wenn der Preis noch ein bisschen nach unten geht, momentan die beste Wahl. In diesem Preisbereich unter 400 Euro, da werdet ihr euch extrem schwer tun, irgendwas Besseres zu finden. Also natürlich, wenn das Gerät dann mal bei unter 400 Euro überall angelangt ist. Also wie gesagt, ich mag das Gerät sehr, sehr gerne. Ich kann es auf ganzer Linie weiterempfehlen. Wenn ich aber dann doch noch einen Hauch Kritik äußern darf, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so gut ich die Xiaomi Smartphones momentan finde, die Produktpolitik finde ich nicht ganz so gut. Also in diesem Preisbereich unter 400 Euro gibt es mittlerweile ein Mi 9T, ein Mi 9T Pro. Es gibt ein Mi 9, es gibt ein Mi 9 SE und diese Geräte sind sich doch alle sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, für den Konsumenten ist es mittlerweile echt schwer, noch den Überblick zu behalten. Und von diesen Geräten, die ich jetzt eben aufgezählt habe, glaube ich, hätten auch zwei gereicht. Zum Beispiel das kleine handliche Mi 9 SE und dann noch ein Mi 9T Pro dazu, das vielleicht mit Wireless Charging, dann wäre das eigentlich das nahezu perfekte Gerät. Machen sie aber nicht. Prinzipiell finde ich es gut, mehr Auswahl ist eine gute Sache. Und ich meine, all diese vier Smartphones sind ja richtig gut. Aber ich glaube, momentan bei Xiaomi wäre etwas weniger auf jeden Fall mehr, weil man besser den Überblick behalten könnte. Das ändert aber natürlich nichts an der Tatsache, dass die Smartphones alle sehr, sehr gut sind und preisleistungstechnisch alle eine klare Weiterempfehlung sind. Und ich schon extrem gespannt bin, was wir im Laufe des Jahres noch von Xiaomi erwarten können. Sie verkaufen ja jetzt mittlerweile auch ganz offiziell hier in Deutschland. Es gibt einen Ansprechpartner für Garantie und so weiter. Und ich meine, ein richtiges Flaggschiff stünde ja da eigentlich auch noch aus. Das soll es jetzt aber von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.